Und los geht's. So, hier haben wir unser Wieschirm. Hallo Wieschirm. Was hast du denn da drauf? 20er und da 30er und 170 meint er. 170 meint er. Er ist Marokkaner. Wie alt bist du? 32. Ich meine deinen Intelligenzquotienten, ne? So, ok. Lass mal gehen. Komm! Der Franco wartet auch schon. Lass mal gehen. Tu dir mal so als wäre das eine Frau. Eins. Komm! Noch nochmal. Zwei. Sieht locker aus. Wunderbar. Fünf. Drei. Oh nein. Hopp. Ok. Und du dir mal die Ohren zu. Doppelbizep. Geh mal weiter ins Licht. Ich helf dir. So. Noch weiter. Jetzt stehst du voll. Ok. Doppelbizep. Naja. Anspannend. Ok. Vorne Maus maskular. So. Alter. Du siehst aus wie ein Fisch, der gerade in den Rupfbauen ist. Ok. Na, da haben wir irgendwie einen Alex. Alex. Ok.